Portland Streetfood-Szene hat neuen Rückenwind bekommen. Die Leute lassen sich vom Flughafen gleich zu den Imbisswagen bringen. Es ist in Portland allgemein bekannt, dass man mit das beste Essen einen Imbisswagen bekommt, vor allem Barbecue. Ich hab's immer noch nicht ganz raus. Niemand hat's wirklich raus. Aber man kann sich immer wieder verbessern. Das ist das Tolle am Barbecue.